ARD Text im Auftrag von Funk Drogen, Gefährdung von Kameraden und wir sind so in einer gemischten Ernährung Sex sind bei uns verboten, verstanden? Wie soll ich eigentlich in Nahkampf mit einer Tromfete? Frauen mit der... Sieh, 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 Sieh! Nehmen Sie Drogen? Ja, ich kiffe, nehmen Cocky, LSD... Ja, das nehmen doch alle, also nein. Können Sie nachsteckende Krankheit? Wenn er rausfindet, dass du vor der Hochzeit mit mir geschlafen hättest, dann bringt er dich um. Hey, ich muss deinen Plan machen. Weisst du, ich habe so einen Plan, Plan B. Hey, hallo, ich halte dir ein Verletz. Rorini! 123 für Dani 12 Musik Antonio?! Carolina, da her! Laura, komm her! Wow, krasser Stoffdserse! Oh, no, 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 los.